Die Kapsel seit ungefähr einem Jahr und war ziemlich fasziniert schon von Anfang an, weil es ist einfach wie eine unendliche Energiequelle, die Kapsel, Strom die ganze Zeit fließt und ganz sanfte Klarheit in sich hat. Was mir sehr stark auffällt ist, dass ich viel weniger Schlaf brauche wie vorher. Ich kann die Hälfte der Zeit schlafen und ich bin bitter wie davor mit viel mehr Schlaf. Jetzt nach einer Weile spüre ich die Energie nicht mehr so stark, wenn ich sie einfach bei mir trage, aber wenn ich mich direkt darauf einlasse, auf die Kapsel und sie in der Hand halte oder länger mit ihr sitze, dann zu diesem unglaublichen, klärenden Effekt einfach und aufladenden Effekt. Viel Spaß beim Absperren! WDR 3 WDR 2 WDR 3 WDR 4 WDR 5 WDR 5 WDR 5 WDR 7